Die Versuchsanordnung für unser Fresco entspricht dem, was für diese Art der Wandmalerei über Jahrhunderte Standard geworden ist und wie es Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle zur höchsten Vollendung gebracht hat. Wir müssen uns allerdings eine Wand konstruieren. Ein Fresco ist ein komplexes Zusammenspiel aus chemischen Prozessen und des richtigen Feuchtigkeitsgehaltes während des Malvorgangs. Unterschiedliche Kalkschichten werden angesetzt und zu einem verstreichbaren Brei verarbeitet. Das ist unser Bindemittel und damit malen wir nachher. Und die Pinsel werden jetzt erstmal richtig gut eingeweicht da drin eine Weile. Das sind unsere Farbreihe. Das sind alles Pigmente, die in dieser Zeit bei den Römern schon Verwendung gefunden haben. Also die durchaus so alt sind. B sind es alles Pigmente, die kalkverträglich sind. Also ätzenden Kalkvertragen und nicht kaputt gehen da drin. Heißt, die sind jetzt angesetzt mit ein bisschen Wasser als Brei. Das ist einfach nur ein fester Brei. Und beim Malen jetzt werden die Pigmente verdünnt mit Kalkrasse. Dann verbindet sich diese Flüssigkeit, also die Pigmente mit dem mit dem Kalk und mit dem Sauerstoff und der Trocknung wird aus der ganzen Geschichte ein Kalksanstein. Dadurch hält das 2.000 Jahre und länger. Das ist nichts anderes als ein Fresco nachher an der Oberfläche. Das ist ein Kalksanstein. Wir haben auch Farben, die es nicht mehr gibt. Hier, Maskiot zum Beispiel. Das ist ein Gelb. Ganz schwer, wenn du das mal anhebst. Alles, das sind nur Pigmente mit ein bisschen Wasser. Hat Vermehr verwendet. Viele in der Zeit haben das verwendet. Gibt es heute nicht mehr. Werden aber noch für Restauratoren hergestellt. Auch hier versucht sich Wolfgang Bertracki dem endgültigen Motiv über eine Vorstudie anzunähern. Aus der Vorstudie heraus verdichten sich die Farbanmutungen und die Motivdetails. Bei der recht kurzen Zeitspanne, die für den Mahlvorgang zur Verfügung steht, ist es eine wichtige Vorbereitung. Ein Aquarell kommt der Technik des Frescos am nächsten. Dennoch ist die Beschaffenheit des Mahlgrundes sehr verschieden. Eigentlich ist dafür Aquarellpapier nötig, aber heute unter dem Zeitdruck ist versehentlich nur noch Mahlpapier aufgezogen worden. Dieses Papier wählt sich nun und löst sich an der Oberfläche auf. Ja, das ist natürlich jetzt dumm. Da male ich jetzt ein riesen Aquarell auf so einem Weltpapier. Das sind so Wellen, die kriegst du dann nicht mehr weg. Das stören wir uns jetzt nicht dran. Das lässt sich nicht mehr ändern. Die Zeit läuft. Die Vorstudie ist trotzdem hilfreich, denn Wolfgang Bertracki weiß jetzt genau, wo er hin muss. Das ist Holz, die fängt nur hier an. Was ein großes Problem ist beim Fresco, dass wir nur so eine Platte haben. Hier draußen sind jetzt zwei Putzschichten. Eine mit Ziegel, mit Ziegel-Schrott und grobem Sand und eine mit feinerem Sand. Beide natürlich mit Sumpfkalk. So und jetzt trägt der Momo hier die Malschicht auf. Die letzte Schicht. Das ist jetzt Marmorstaub vermischt mit Sumpfkalk. Eins zu eins. Das wird jetzt einmal dünn aufgetragen und die Platte ist gut genässt. Das Problem ist halt bei dieser Art jetzt, dass wir wenig Stein dahinter haben, der nass ist und dadurch das Fresco sehr schnell tropft. Man kann da nicht sehr lange drauf machen. Der Sumpfkalk ist Kalk aus der Grube, der lange in der Grube war und immer wieder gewässert wird. Der wird dann gestochen. Der muss sauber sein. Da darf kein Gips drin sein, keine Knoten und gar nichts. Und der verbindet sich mit dem Sand und der Luft zu einem Kalk-Sandstein. Das ist ganz schwierig, das wirklich so aufzutragen, dass es gleichmäßig ist und glatt. Und es muss auch angepresst werden. Es braucht Druck, damit sich das wirklich verbindet mit der Schicht darunter. Gelber Ocker leicht. Solange die verschiedenen Schichten noch aufgetragen werden, sucht sich Wolfgang Petracki entlang der Vorstudie die richtigen Farben zusammen. Also die Malerei, die wird ja auch angesetzt mit dem Kalkwasser, das heißt dieses Sinterwasser vom Sumpfkalk und das ist das Bindemittel. Das sinkt ein in die Putzschicht, verbindet sich damit und wird letztendlich zu einem Kalksanstein. Dadurch ist dieses Fresco nachher eben auch praktisch unzerstörbar. Hält ewig. Die Kalkschichten des Frescos sind nun aufgetragen, die erste Skizzen gemacht. Und wenn das Hygrometer den richtigen Feuchtigkeitsgehalt anzeigt, muss sofort losgelegt werden. Weißt du was, man muss sich von eines verabschieden, wenn man das macht, dass man da irgendwie pingelig rummacht. Das hat keinen Sinn. Man malt großzügig. Und setzt jetzt hier ein bisschen Ultramarien rein. Weil da kommen hier oben Äste, da sieht das schön aus, dahinter das etwas andere Blaue da. Das ganze Ding kriegt so einen Ton. So, jetzt kommt der nächste Ton. In der ersten Schicht arbeite ich so ein bisschen nass in nass. In der zweiten Schicht bringe ich etwas deckende Dinge auf, wie die Äste, dann die Muskulatur und so weiter. In der dritten Schicht mache ich nochmal Lassuren und Lichter dann. Ganz zum Schluss kommen Lichter. Kunst ist Arbeit. Und daher ganz zum Schluss noch der kurze Schlaf. Denn im Traum kann der Künstler dem Zentauren noch einmal begegnen. Denn im Traum kann der Künstler dem Zentauren noch einmal begegnen. Denn im Traum kann der Künstler hinten sein. Denn im Traum kann der Künstleren noch begegnen.